Wir sehen aber, dass der Strahl relativ schnell vernebelt. Oben ist auch immer der Einsatz einer Wärmebildkamera an die Reihe. So, wir können sie bequem tun. Wunderschöne Das ist schon durch. Und in dem Moment, wenn weißer Rauch aufsteigt, ist nicht der Papstgewinn, sondern der Brand ist gelöscht. Es wird jetzt noch gekühlt, klarerweise. Und das dauert noch. Wir sind nur mehr auf 350 Grad, oder bereits auf 350 Grad herunten. 250 Grad. Die Leute müssen hier in gefückte Haltung begeben, denn es werden die Flammen dann relativ herausschlagen. Und das ist vall Statesch. In der Liste, was wir haben, also in Sägen. Ich bin seit dem ganzen Tag nochmals gesteigert. Ich bin seit dem ganzen Tag. Ich hab also nach dem ganzen Tag noch gegriffen.